ein riesen dankeschön geht an autoweber dass ihr mir diesen rs3 zur verfügung gestellt habt wirklich vielen vielen dank checkt doch mal ihr instagram ab freunde oder ihre webseite alle links zu autoweber unten in der video beschreibung für euch verlinkt und ich würde sagen viel spaß beim video jetzt so leute was geht ab friends ich war jetzt noch gütersloh hole eine freundin ab seid gespannt ich würde sagen ich hole die erst mal ab und dann sehen wir uns wieder so freunde was geht ab ich habe sie jetzt abgeholt die cousine ist auch mit am start hi ich bin daphne was geht ab und zwar haben wir uns eine coole challenge überlegt und zwar werde ich gleich hier in dem rs bisschen gas geben und sie muss versuchen sich zu schminken achte dich auf meine nägel die sind bisschen corona nägel möchtest du schaffst das ja bestimmt mal gucken ich sage nein du kannst dein erstes produkt schon mal die sind okay warte nommi mein beautyblender mach hast du den nass gemacht und gib mir mal meine meine konturpalette damit ich spiegel habe naja warte hier perfekt dass so viel schwingt ey herrottet man dich ja ja okay und mein make-up los geht's das ist meine von dache ich bin ein bisschen braune geworden deswegen benutze ich nur die normalerweise benutze ich meine fitme die ist auch ganz gut gefällt alles runter ich steu einfach ein bisschen auf mein handgelenk wuuuuh so ich fülle es auf mein gesicht aaaaaaah oh mein gott ey der ganze auto ich habe schon vorher meine creme aufgetragen einfach nur nivea creme über ganz gute parteien oh mein gott wieso das ist nicht gefallen hey habe ich eigentlich zeit jo fünf minuten aber schön oh mein gott 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 okay jednak okay ist es gut Warte 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 du hab ihn oh mein gott oh mein gott weiter geht's Concealer mein Concealer Ja, wenn du sie mit den Taschen schaust, diese ähm, mit Streifen, glaub ich oder nicht, auf der Pinke, in der Pinke! Hier fällt alles raus! Scheiße! Da ist alles auf dem Boden! Nein! Na, wie schnell! Der ist kein Concealer! Gut verblenden! Ich darf nicht, der Concealer ist mehr lieb! Ich label nicht! Ja! Okay, warte, warte kurz! Warte, ich meine Concealer! Scheiße, die Bomben ist so schlecht, ich kotze gleich! Na, wie hast du den jetzt? Oh, shit! Was anderes, mach weiter, was anderes! Äh, gib mir meine Pinsel, damit ich Kontur mache, wenigstens! Hier, den? Nein, nicht den, egal! Scheiß drauf! Dann nehme ich meine Kat Von D Palette, ja, für diese zwei Töne und konturiere! Hier fliegt alles durch die Gegend! Shit! Oh, ich habe Puder vergessen! Egal! Oh, my God! Oh, shit! Oh, shit! Okay, was brauchst du jetzt? Hier liegt alles! Gib mal ein Dings! Oh, my God! Gib mal die Palette von Mavic dran! Ja, hier! Ja, genau! Und meinen Pinsel zum Eyeliner machen! Oder meine Pinsel, äh, Entschuldigung! Meine Anastasia-Palette! So, oder? Warte! Warte! Alter, hier sind keine Palette! Oh, shit! Ich kotze gleich, ich schwöre! Ich kotze! Hey! Gib mir einfach die Tasche! Nichts nur zu da! Ich kann nicht mehr das in meinem Bauch! Was? Nein, ich schaff das nicht! Oh, my God! Warte, 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 warte! Oh, shit! Ich muss auf den Lippenstift! Warte! Ey, hier ist noch meine Tasche! Die anderen liegen auf die Kronen, alle! Sorry! Hier ist noch meine Tasche! Ey, warte, die Lippenstift! Auch was! Ey, ich hab was gefunden! Mein Lippenstift! Ist die Nase konturierlich? Nein, Lippenstift ist Labello! Oh, shit! Oh, mein Gott! 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 Okay, Lippenstift! Ich hab ihn noch nicht! Hier ist ein Pinsel! Lippenstift, warte, warte, warte! Mein Lippenstift! Hier, hier! Soll ich Eyeliner machen? Warte, ich mach noch Eyeliner! Oh, mein Gott! Ey, ich bin auch noch Eyeliner! Okay, Leute! Challenge meines Lebens! Jetzt Lippenstift! Warte! Warte, warte, warte! Ich mach Eyeliner! Wenn mein Auge weggeht, dann muss, äh, Herr, warte, ich will ein neuer Auge besorgen! Oh, mein Gott! Ich bin echt dreckig, ey! Wir müssen jetzt sauer machen, gleich! Oh mein Gott! Oh Scha! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, Leute! Oh mein Gott! Hey, bitte! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und wie geht's auch? Fuck, fuck! Ist die Schlimme, wenn daneben geht, ne? Ey, sieht das gut aus, Herr Ratz? Aber im Auge, ich sehe nichts! Ist das gut aus? Sie hat es bestimmt nicht bekommen. Oh mein Gott. Panda. Okay, noch Lippenschiff. Gib schnell. Oh mein Gott. So schnell. Okay. Jetzt kommt Sila. Wärme nicht. Egal, okay. Wie ich aussehe. Oh mein Gott. Also diese Eiliner, ne? Wenn der nicht perfekt ist, dann weiß ich auch nicht. Oh mein Gott. Okay, reicht für den unmächtig eigentlich. Oh mein Gott. Kann nicht mehr. Oh mein Gott. Ey, du bist so schlecht, ich kann nicht mehr. So, Friends, wir sind fertig. Das ist das Endergebnis. Zeig mal nochmal, guck mal her. Es ist nicht schlecht geworden. Ja, finde ich auch. Also und dann ein bisschen Fixpass. Dann ist alles fertig. Wie fandet ihr die vor? Heftig. Aber so, ich gehe gleich kotzen. Übel. Aber hast du echt mit ihm gekommen? Danke, danke. Gleichfalls, ich sehe auch. Ehrlich, nicht schlecht. Ich hätte gedacht so, dass der Lippenstift komplett... Ne, also Lippenstift ist gut, ja. Aber diese Eyeliner, Leute. Tja, das geht gar nicht. Oh mein. Shit, Augenbrauen habe ich nicht geschafft. Keine Zeit gefühlt. Sei es Fahrer. Habst du keine Angst? Ne, Angst hatte ich nicht. Freunde, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und kommentiert mal, ob ihr Bock... Und die Glocke nicht vergessen. Und die Glocke nicht vergessen. Wenn ihr Bock auf weitere solcher Videos habt, dann lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Und schreibt mal, was ich als nächstes machen könnte. Geiles Feeling, auf jeden Fall. Ja, man. Ich hatte ein bisschen Schiss, aber... Achterbahnfahrt. Ohne will es sogar besser. Wir leben noch. Wir leben noch, Leute. Ich versuche hier ein bisschen mein Eyeliner zu retten. Leute, ihr Instagram markiere ich auch unten in der Videobeschreibung. Folgt ihr Leute. Und wenn ihr mehrere Videos sehen wollt, lasst es mich einfach wissen. Sie macht auch YouTube. Ihr könnt auch hier Kanal abchecken, Leute. Ist auch unten in der Videobeschreibung drin. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Peace out. Peace out.